Juni, Freitag. Wenn ich eines in meiner Kindheit gelernt habe, dann das. Man hat über sein eigenes Leben null Kontrolle. Seit das Schuljahr zu Ende war, brauchte ich nichts zu tun und musste nirgendwo sein. Solange die Klimaanlage funktionierte und es Batterien für die Fernbedienung gab, war alles perfekt für entspannte Sommerferien. Aber dann, wie aus dem Nichts, passierte das. Packt eure Koffer, wir verreisen mit dem Auto. Ich weiß ganz genau, woher sie die Idee mit dem Autourlaub hat. Denn heute Morgen hatten wir die neueste Ausgabe von Familienspaß in der Post. Ich schätze, 90% der Aktivitäten, die Mom sich für unsere Familie ausdenkt, stammen aus dieser Zeitschrift. Äh, meinst du, das ist eine gute Idee? Aber natürlich. Dieser Autourlaub wird fantastisch werden. Ach ja? Und diese gemeinsame Zeit wird die Zusammengehörigkeit unserer Familie stärken. Wollen wir nicht irgendwas Normales machen? Ein Tag im Spaßbad oder so. Korrekt. Ach, pappalapapp. Auf dieser Reise geht es darum, Dinge zu tun, die wir noch nicht gemacht haben. Hm. Und was soll das sein? Ach, ihr sollt authentische Erlebnisse haben. Hallo, Familie. Ich dachte zuerst, Mom hätte Dad in ihre Idee mit dem Autourlaub eingeweiht. Aber da hatte ich mich wohl geirrt. Wie, mit dem Auto? Das passt mir im Moment überhaupt nicht. Und außerdem kann ich mir jetzt schlecht freinehmen, solange es nicht absolut notwendig ist. Es kann nichts Wichtigeres geben, als Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Ja, aber ich wollte doch dieses Wochenende mit meinem Brot. Wenn wir einen Autourlaub machen, dann... Packt jeder von uns nur das absolut Notwendigste ein? Wir wollen dann morgen zeitig aufbrechen? Na, wenn du meinst. Doch, als wir mit unserem ganzen Zeug vor der Garage standen, war klar, dass wir ein Platzproblem hatten. Das bekommen wir doch unmöglich alles in unserem Minivan. Dann gehen wir alles nochmal durch. Och, Mom. Wir machen zwei Haufen. Einen mit Sachen, die wir brauchen, und einen mit allem anderen. Roderick war ziemlich enttäuscht, als einige von seinen absolut nötigsten Dingen nicht mit durften. Nein, Roderick, dein Schlagzeug bleibt hier. Oh, Mist, das ist aber... Keine Widerrede. Und Crap, dieser ganze Kleinkram von dir bleibt auch zu Hause. Was ich ziemlich albern fand, wenn man berücksichtigte, dass Mannis Plastiktöpfchen mit auf die Reise durfte. Ja, ja, ja! Immer, wenn wir länger als eine Viertelstunde unterwegs sind, nimmt Mom Mannis Töpfchen mit. Für alle Fälle. Aber mir wird jedes Mal flau im Magen, wenn Manni es benutzt. Drück! Manni! Das stinkt! Selbst als Mom sich jedes einzelne Teil vor der Garage angeguckt und alles aussortiert hatte, was wir nicht brauchten, hatten wir noch immer zu viel für den Minivan. Ich schlug vor. Wir könnten doch so ein riesiges Wohnmobil mieten. Ja, coole Idee. Da bekommen wir doch dann alles rein. Genau, und es wäre immer noch Platz übrig. Ja, da laufen wir uns in zwei Wochen bestimmt nicht über den Weg. Nein, Wohnmobile sind viel zu teuer. Und außerdem verbrauchen die viel zu viel Sprit. So viel also zu dieser Idee. Hey, wir könnten doch auch einen Anhänger mieten. Ich fand, der Vorschlag klang gar nicht mal so dumm. Und das brachte Dad auf einen Gedanken. Er sagte, Wir können das Platzproblem lösen, indem wir das Zeug, das nicht ins Auto passt, in mein Boot stopfen. Und das könnten wir dann hinter uns herziehen. Da uns keine andere Wahl bleibte. Also gut.